Ach, seht ihr diese Kekse an auf dem Blech? Ah, das sind schöne Kekse, ja, so müssen sie sein. Die sind geluchtet. So, hier. Toll, ein großes Blech mit heißen Keksen. Oh, Kekse! Du hast wohl die Kekse gerochen? Ja, jubi. Ich bin wirklich froh, dass du gekommen bist. Oh, danke dir. Ja, weil ich gehört habe, dass du ein Fachmann für Kekse bist. Ja, das kann man wohl sagen. Gut, diese Kekse hier sind nach einem alten Rezept von meiner Oma. Kekse, ja. Mit Pfeffer, Sahnebonbons. Ja. Und gehackte Sardinen sind drin. Ich will endlich Kekse. Willst du mir den Gefallen tun und ein paar von den Keksen probieren? Was? Ja. Probieren? Ich tu dir den Gefallen und probiere Kekse, wo ich Kekse noch so gern mache. Du bist Fachmann, dann los. Ja. Kekse, ja. Oskar, ja? Also, bis heute habe ich noch nie einen Keks gefunden, den ich nicht mochte. Aber diese Kekse von dir mag ich nicht. Ich frag mich bloß, was hat der nur? Ach, kein Wunder, dass er sie nicht mochte. Da ist nicht genug roter Pfeffer drin. Oh, Masha. 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 Vielen Dank.